Hi Mystery Freaks! Karmin Mirabeli, das größte Medium aller Zeiten. So wurde er aufgrund seiner vielfältigen und außergewöhnlich starken übernatürlichen Fähigkeiten betitelt. Eine Fälschung seiner außerordentlichen Begabungen konnte ihm trotz zahlreicher Untersuchungen von unabhängigen Ärzten und Forschern nie nachgewiesen werden. Gegenteilig dazu gibt es unzählige Fotos, welche als Beweis für seine Begabung gelten. Doch heute scheint er, genauso wie seine Taten, immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Ich möchte nun dafür sorgen, dass das Wissen um seine Person und die darin liegende Magie wieder neu entfacht wird. Karmin Carlo oder Carlos Mirabeli wurde am 2. Januar 1889 in Botocato, Sao Paulo, Brasilien geboren. Seine Eltern stammten ursprünglich aus Italien und sein Vater, mit dem Namen Luigi Mirabeli, war beruflich als protestantischer Pastor tätig. Seine Mutter, Cristina Scacciotto Mirabeli, war leidenschaftlich gerne Hausfrau und Mutter. Karmin Carlo hatte noch eine jüngere Schwester, mit dem Namen Teresa Eugenio Mirabeli. Einige Jahre nach 1891 starb die Ehefrau und Mutter Mirabeli, doch das genaue Sterbedatum konnte ich leider nicht herausfinden. Karmin Carlo Mirabeli muss zu dem Zeitpunkt noch sehr jung gewesen sein. Ich spekuliere, dass er zu dem Zeitpunkt vier oder sechs Jahre alt war. Mirabelis Kindheit verlief, trotz dieses schweren Schicksalsschlages, zunächst eher unauffällig. Doch im jugendlichen Alter, mit etwa 14 oder 15 Jahren, also um 1903 oder 1904, fing er an, sich auf einmal und sehr intensiv für Spiritualität zu interessieren. Dazu las er entsprechende Schriften, wie zum Beispiel die von Alan Kardec, ein bekannter französischer Spiritist. Und je mehr er sich damit beschäftigte, desto mehr schien sich eine ganz natürliche und außergewöhnliche spirituelle Begabung seinerseits herauszukristallisieren. Diese kam ohne jegliche praktische Übungen von dem Jungen zur Geltung, auch wenn sie zunächst noch sehr unscheinbar schien. Deshalb wurde anfänglich noch, wenn sich ein leichter Gegenstand bewegte oder ein leises Klopfen in seiner Gegenwart zu vernehmen war, dies vorerst dem Zufall zugeordnet. Die Häufigkeit, genauso wie die Stärke dieser Aktivitäten, nahm jedoch rasant zu. Bald schon war es nicht mehr zu leugnen, dass diese unweigerlich in Verbindung mit Carmin Carlo Mirabelli standen. Einige von diesen Begabungen konnte er bis zum Schluss nicht so ganz habhaft werden, da hierbei meist schon die kleinste Veränderung seines Gemütszustandes ausreichte oder ein harmloser Blick. Daraufhin wurde spekuliert, dass es sich eventuell auch um Poltergeist-Aktivitäten handeln könnte. Schließlich sind derlei Phänomene ebenfalls überaus unberechenbar und nicht steuerbar. Als die Aktivitäten schließlich noch mehr zunahmen und in seiner Gegenwart zum Beispiel Vasen einfach so zerplatzten und allerlei Gegenstände aus Regalen regelrecht geschmissen wurden, gestaltete sich ein normales Leben für Mirabelli immer schwieriger. 1911, Carmin Mirabelli war mittlerweile 22 Jahre alt, wurde er aufgrund seiner unkontrollierbaren Fähigkeiten sogar fristlos gekündigt. Er war zu der Zeit im Schuhgeschäft Vilianza in São Paulo angestellt und jegliche Schuhkartons in seiner Nähe fielen ständig aus den Regalen. Ganz ohne sein händisches Zutun, versteht sich. Da wurde es seinem Chef schließlich zu viel, da Carmin Mirabelli so viel mehr Chaos anrichtete, als er dienlich war. Ein normales Leben war so für den jungen Mann einfach nicht mehr möglich, was ihm natürlich auch psychisch zusetzte. Doch auch die ständigen Anfeindungen der Gesellschaft, die davon ausgingen, dass der Junge von Dämonen besessen war, setzten ihm schwer zu. Er wurde, außer von seiner eigenen Familie, überall gemieden. Deshalb verbrachte er, nach diesem Rückschlag in Verbindung mit seiner fristlosen Kündigung, 19 Tage in einer Nervenheilanstalt. Dort wurden dann auch zum ersten Mal harmlose physische sowie psychische Tests mit ihm durchgeführt. Er stand außerdem jede Sekunde unter Beobachtung zweier Ärzte. Einer dieser Ärzte war Dr. Filippe Arce. Dieser gab später folgende Diagnose ab. Zitat Carmin Carlo Mirabelli sei nicht wirklich krank, jedoch auch keinesfalls normal. Seine paranormalen Fähigkeiten rühren von der Ausstrahlung nervöser Kräfte her, die wir zwar alle haben, er aber in außergewöhnlich hohem Maße aufweist. Zitat Ende Dr. Franco Darroja, der andere Arzt, berichtete außerdem von einem Test, bei dem Mirabelli einen menschlichen Schädel nur durch seinen Blick auf einem Glas rotieren lassen konnte. Der erwähnte Arzt gab dazu an, Zitat, Nachdem Mirabelli die Nervenheilanstalt verließ, war ihm klar, dass er mit seinem bisherigen Leben so nicht weitermachen konnte. Von da an nahm er seine Fähigkeiten gänzlich an, half damit Menschen oder führte sie einfach nur im großen Stil vor. Er und seine Fähigkeiten entwickelten sich immer weiter und er wurde schnell zum größten und berühmtesten Medium seiner Zeit, der ganzen Welt. Er war unglaublich erfolgreich. Einigen seiner spiritistischen Kollegen war er damit ein Dorn im Auge, denn nicht nur, dass er alle übersinnlichen Fähigkeiten aufweiste und auch in allen außerordentlich talentiert war, demnach Telepathie, Hellsehen, Jenseitskontakte, Levitationen, Präkognition, automatisches Schreiben in über 30 Sprachen, automatisches Spielen von Instrumenten, Singen und das Zeichnen von Verstorbenen, nein, er ließ sich für seine Dienste auch entlohnen. Damals ein absolutes Unding. Auch heute noch scheiden sich in dieser Hinsicht die Geister. Eine Zeit lang war das Medium im Gesundheitsamt von Brasilien angestellt. Dort erstellte er von den Patienten paranormale Diagnosen. Der leitende Arzt und Beamte Dr. Tadeus de Maderos untersuchte währenddessen systematisch die Fähigkeiten des Mediums. Doch da in Mirabelis Nähe ständig jegliche Medizinflaschen umherflogen und zerbrachen, war er nicht lange dort angestellt. Der Arzt bestätigte dennoch, dass seine Fähigkeiten echt waren. Dadurch, dass er kein professioneller Arzt war und er dennoch entsprechende Tätigkeiten als Geistheiler ausübte, wurde er dafür oftmals inhaftiert, wenn auch nur kurz. Denn auch ein Medium muss sich an entsprechende Approbationen halten. Doch das hielt ihn keinesfalls davon ab, weiterhin Menschen mit seinen Fähigkeiten zu helfen und zu unterhalten. Carmin Carlo Mirabelli war alsbald ein angesehener, berühmter und reicher Mann. Er errichtete und leitete gleichzeitig mehrere spiritistische Zentren, darunter 1917. Carmin Mirabelli war zu der Zeit 28 Jahre alt, eines mit dem Namen Sao Luis. Doch dadurch wurde er keinesfalls hochnäsig, ganz im Gegenteil. Sein damaliger Biograf und Freund, Orico de Goz, beschrieb ihn als dynamisch, charismatisch, tolerant, gutmütig und manchmal auch etwas impulsiv und ungeduldig. Er sagte weiter über ihn aus, dass Carmin Mirabelli sich aus einer Laune heraus auf einmal zehn Anzüge kaufen konnte, um die meisten davon gleich wieder zu verschenken. So war sein Wesen. Er hing mit großer Leidenschaft am Leben. Insgesamt war das berühmte Medium viermal verheiratet und hatte einige Kinder. Die genaue Anzahl konnte ich leider nicht herausfinden. Orico de Gozes Aufgabe war es, das komplette Leben von Carmin Mirabelli zu dokumentieren und natürlich auch alles, was damit verbunden war, wie zum Beispiel seine Fähigkeiten oder der Ablauf der Seancen. Folgende Berichte lassen sich von dem Biografen dazu finden. Carmin Mirabelli wurde einmal während einer Vorführung fest an einem Stuhl gefesselt, auch seine Arme, Beine und Hände. Letzteres wurde zusätzlich mit Handschellen gesichert. Diese Sicherung wurde mehrmals und von unabhängigen Zeugen kontrolliert. Dann schwebte das Medium auf einmal immer noch an dem Stuhl gefesselt in die Luft und löste sich kurze Zeit später einfach in Luft auf. Die Handschellen fielen zu Boden und man machte sich schließlich auf die Suche nach dem Medium. Mirabelli wurde dann laut singend in einem angrenzenden Raum auf dem Boden liegend und immer noch am Stuhl gefesselt gefunden. In einem anderen außergewöhnlichen Ereignis wird von Degos berichtet, dass Mirabelli mit Freunden auf einen Zug wartete und sich plötzlich in Luft auflöste. Besorgt riefen die übrigen bei dem Bekannten an, zu dem sie unterwegs waren. Dieser wohnte 80 Kilometer vom Bahnhof entfernt. Am anderen Ende der Leitung beruhigte man seine immer noch am Bahnhof wartenden Freunde und gab an, dass Mirabelli bereits eingetroffen sei. Eurico Degos bekam die Fähigkeit von Mirabelli auch persönlich zu spüren. Einmal verließ er gerade das Haus des Mediums und dabei fiel ihm zu spät auf, dass er seinen Regenschirm dort vergessen hatte. Also kehrte er um und betrat erneut das Haus. Da fiel ihm plötzlich der Regenschirm direkt von der Zimmerdecke vor seine Füße. So viel zu den bekanntesten Berichten von Enrico Degos. 1919, Mirabelli war 30 Jahre alt, waren seine Fähigkeiten in aller Munde und es wurde, um diese eingehend zu untersuchen, ein spezielles Gremium ins Leben gerufen. Die Academia de Estudos Seikikos mit dem Namen Cesar Lombroso, gegründet von José de Freitas Tinoco, bestand aus 15 Menschen mit wissenschaftlichem Hintergrund. Ärzte, Anwälte, Militärs, Professoren und so weiter. Außerdem waren insgesamt 555 Zeugen, darunter Laien als auch weitere Wissenschaftler, vorhanden. Es wurde ein Laboratorium eingerichtet und Carmin Mirabelli stellte sich für allerlei Experimente freiwillig zur Verfügung. Diese wurden sowohl bei Tag als auch bei Nacht, außerhalb sowie innerhalb der Einrichtung durchgeführt. Die Räumlichkeiten wurden vorher immer wieder aufs Neue untersucht. Bei den Experimenten ließ sich das Medium fesseln, einnähen, verschnüren, saß halb nackt auf Stühlen oder lag. Ganz egal, erfolgte jede Anweisung. Die Befunde wurden dann in drei Hauptgruppen untergeordnet. A. Mediales Sprechen, B. Automatisches Schreiben. C. Physikalische Phänomene. Folgend die Ergebnisse zu den jeweiligen Kategorien. A. Mediales Sprechen. Carmin Mirabelli sprach, sobald er sich in Trance befand, folgende Sprachen fließend. Die einheimische Sprache. Deutsch, Französisch, Holländisch, Englisch, vier italienische Dialekte. Tschechisch, Arabisch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Hebräisch, Albanisch, Afrikanische Dialekte. Latein, Chinesisch, Neugriechisch, Polnisch, Syrio-Ägyptisch und Altgriechisch. Der Sinn der Botschaften, welcher weit außerhalb seines Wissens und bürgerlichen Lebens lagen, wurden jedes Mal überprüft und es gab nichts zu beanstanden. Themengebiete waren Medizin, Recht, Soziologie, Nationalökonomie, Politik, Theologie, Psychologie, Geschichte, Naturwissenschaften, Astronomie, Philosophie, Logik, Musikwissenschaft, Okkultismus und Literatur. Die Kommission kam daraufhin zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Form und Inhalt der fremdsprachlichen Vorträge dem menschlichen Verstand bei Weitem übertrafen. Nur sehr gebildete und intelligente Menschen wären dazu nach Jahren des eingehenden Studiums fähig. Bei Carmin Mirabeli sei dies jedoch aufgrund seiner Herkunft und seines jungen Alters nahezu ausgeschlossen. B. Automatisches Schreiben Hierbei unterschied sich vor allem die Schriftart. Heute wissen wir, dass jeder Mensch eine eindeutig zuweisbare und ganz individuelle, fast wie ein Fingerabdruck, Schriftart aufweist. Selbst wenn man diese verstellen würde, könnten professionelle Analystiker immer noch Übereinstimmungen erkennen. Mirabelis Schriftart unterschied sich jedoch immer erheblich voneinander und es ließen sich keine Übereinstimmungen finden. Das eine Mal hatte er einen ausführlichen deutschen Text und das andere Mal einen französischen aufgeschrieben. Allerdings gab es in beiden, wenn noch im Deutschen deutlich mehr, Grammatikfehler. Dazu folgender Auszug aus der Dokumentation. Zitat Mirabeli sitzt an einem kleinen Tisch mit Papier und Bleistiften, das Tischchen selbst hat weder Schubladen noch Fächer. Nachdem die Hand einen Bleistift ergriffen, wiederholt von sich geschleudert und wieder ergriffen hat, kommt sie allmählich in ein fieberhaftes Schreiben und der Bleistift eilt ohne Unterbrechung blitzschnell über das Papier. Während des Schreibens, das mehrere Minuten dauert, hebt Mirabeli den Blick zu einem der Anwesenden, spricht mit ihm, schreibt weiter, seufzt auf, ohne dass sich die Schnelligkeit des Schreibens mindert. Die Tatsache des Schreibens wird von allen Anwesenden geprüft und bestätigt. Dann nimmt der Sekretär die beschriebenen Blätter an sich. Die Dokumentation enthält das Verzeichnis aller Niederschriften, geordnet nach Sprache, Thema, Zeitdauer des Schreibens, Anzahl der Seiten und von Mirabeli genannten Namen, der Inspirators. Während das Medium angab, es werde geführt durch Galilei, Kepler, Leonardo da Vinci, Voltaire, Lenin und andere, will die Untersuchungskommission dies nur als Arbeitshypothese gelten lassen. Zitat Ende. Für das Beschriften eines A4-Blattes benötigte er etwa zwei bis drei Minuten. C. Physikalische Phänomene. Hier gibt es wieder ein Zitat, welches einleuchtend wiedergibt, um was es genau geht. Dies möchte ich gerne aufführen. Zitat, Bei diesen Versuchen galten unter anderem folgende Regeln. Als Beweis wird nur das anerkannt, was sich logisch oder empirisch bestätigt. Die Ergebnisse sollen vom Glauben unabhängig sein. Jedes Phänomen, gegen welches von Teilnehmern begründete Einwände erhoben wurden, wird als zweifelhaft verworfen. Das Medium ist unausgesetzt unter Beobachtung durch zwei Kontrolleure. Es wird gefesselt, mit Schnüren gebunden, plombiert und bleibt gesichert, auch wenn es sich im Trance-Zustand befindet. Die Versuche werden, ob bei Tages- oder künstlichem Licht, stets bei einem Helligkeitsgrad ausgeführt, der Täuschungen ausschließt und nachträglichen Zweifel und Einwänden vorbeugt. Vor jeder Sitzung werden Versuchsraum, Medium und alle Gegenstände genauestens untersucht und alle Trickvorbereitungen unterbunden. Nach Schluss der Sitzung wird das Protokoll abgefasst, verlesen von den Anwesenden unterzeichnet, begründete Einwände beigefügt. Die Versuchsleitung zieht immer wieder neue Angehörige der gebildeten Stände zu den Sitzungen bei, um die Versuche einer ernsten, klärenden Kritik zu unterwerfen. Zitat Ende. Von diesen Seancen, bei denen sich oft verstorbene Menschen materialisierten, wurden ebenfalls Fotos gemacht. Auf einem Foto sieht man Mirabeli links in Trance, daneben Professor de Castro rechts und zwischen ihnen den materialisierten Dichter Parini, gestorben 1799. Zitat der Untersuchung bezogen auf das Bild. Die ausgiebige Anwendung des fotografischen Verfahrens lässt den Einwand der Halluzinationstheorie nicht zu, welche auch, wie in den Beispielen beschrieben, durch die Versuchsleitung während der Sitzung immer wieder nachgeprüft wurde. Zitat Ende. Demnach wird hier von einer echten Materialisierung eines Verstorbenen ausgegangen. Abschließend wird der Bericht der Untersuchung mit folgenden Aussagen beendet. Zitat Zitat Ende. Eine sehr aufwendige, überaus genaue und aufschlussreiche Untersuchung, bei der keine Fälschung nachgewiesen werden konnte. Und selbst seine größten Kritiker, die ihn und seine Fähigkeiten genauestens und mehrmals studierten, gaben sich alsbald geschlagen und gaben zu, dass all seine Fähigkeiten mit Sicherheit echt waren. Der Spiritist und Historiker Carlos Imbasai, welcher wohl der größte Verfechter von Carmin Mirabeli war, erwähnte in seinem 1952 erschienenen Buch Der Spiritismus im Licht der Tatsachen ein erstaunliches Erlebnis zwischen den beiden. Carmin Carlo Mirabeli stand eines Tages, unangemeldet, vor dessen Haustür und betrat schließlich voller Argwohnen im Basais das Haus. Zitat Nachdem sich beide hingesetzt hatten, fing Carmin Mirabeli ohne Umschweifen und bis ins kleinste Detail an, die Lebensgeschichte eines Freundes von wiederum Imbasais Freunden zu erzählen. Das Medium hatte diesen jedoch nie persönlich kennengelernt, geschweige denn jemals nur gesehen. Dann brachte der Diener von Imbasais, auf Wunsch von Mirabeli, fünf Flaschen Wasser ins Zimmer und stellte diese etwa fünf Meter von dem Medium entfernt und gut sichtbar für alle auf einen Tisch ab. Mirabeli bat außerdem darum, dass man nun zur Sicherheit seine Hände festhalten solle, was einer der Anwesenden dann auch tat. Aussage Imbasai, Zitat Eine dieser Flaschen ging vor unser aller Augen in die Höhe, schlug etwa fünf oder zehn Sekunden gegen die anderen und schwebte dann wieder herab. Alle haben es deutlich gesehen, keiner zweifelte auch nur einen Moment. Anschließend war ich von seinen Fähigkeiten unerschütterlich überzeugt. Zitat Ende Imbasai gab in dem Buch noch etliche Male an, dass er Carmin Mirabeli gerne als Betrüger entlarvt hätte. Doch von da an gab es dann selbst bei ihm keine Zweifel mehr. Es gab unzählige Forscher, welche sich ein eigenes Bild machten und alle kamen zu dem Schluss, dass Carmin Mirabelis Fähigkeiten echt waren. Da wäre zum einen der Embryologe Hans Driesch, welcher im April 1928 Mirabelis Fähigkeiten in Form von Psychokinese live miterleben durfte. Seine Aussage, Zitat, höchst eindrucksvoll, Zitat Ende. Er konnte dafür keine logische Erklärung finden. 1934 wurde May C. Walker, Wissenschaftler vom SPR Society for Physical Research, Amerika, Zeuge von Mirabelis Fähigkeiten. Seine Aussage dazu, Zitat, den beeindruckendsten Fall von Telekinese, den ich je erlebt habe. Zitat Ende. Bei dieser Seance hatte sich in den Händen von Zuschauern ein Ventilator hin und her bewegt, als sei er lebendig. Im Dezember 1935, Mirabeli war mittlerweile 46 Jahre alt, erschien jedoch ein gegenteiliger Artikel über Carmin Mirabeli im Journal of the Society for Physical Research, Zeitschrift der Gesellschaft für Parapsychologie. Verfasser war Theodor Besterman, ebenfalls ein Skeptiker. Er hatte gleich mehrmals beobachtet, wie Mirabeli mehrere Objekte levitieren ließ, manchmal sogar über- oder miteinander. Und auch wenn er nie versteckte Fäden oder sonstige Betrügereien entdecken konnte, egal wie sehr und oft er dies auch überprüfte, so blieb er auch weiterhin skeptisch. Leider hat Besterman all seine Untersuchungen eher schlecht als Recht dokumentiert und seine Anschuldigungen konnte er nie beweisen. 1951 dann der Schock. Carmin Carlo Mirabeli stirbt im Alter von 62 Jahren, als er über die Straße rannte und tödlich von einem Auto erfasst wird. Er war an dem Tag äußerst euphorisch und wollte schnell für seinen Sohn auf der gegenüberliegenden Seite ein Eis kaufen. Dabei achtete er nicht auf den Straßenverkehr. Es war wohl so, dass zumindest behaupten einige Quellen, dass mit erhöhtem Alter seine Fähigkeiten stetig abnahmen. Doch mit seinem Tod rissen die Schlagzeilen, Untersuchungen und Gerüchte um ihn nicht ab. 1960 sagte Dr. E. J. Dingwall über Mirabeli aus, Zitat, Der Fall Mirabeli wird eines jener ungelösten Rätsel bleiben, von denen es in der Geschichte der Parapsychologie so viele gibt. Zitat Ende. 1973 tätigte Besterman, der Skeptiker, außerdem noch die Aussage, Zitat, Ich bin fest davon überzeugt, dass Mirabeli schlicht und einfach ein Betrüger ist. Als ich das verlauten ließ, sprach keiner seiner Anhänger je wieder ein Wort mit mir. Zitat Ende. Eindeutig beweisen konnte er seine Aussage nach wie vor, jedoch nie. Auch 1973 gab es dann eine weitere Untersuchung, welche von der IBPP, das Brasilianische Institut für Psychobiologische Forschung, in Auftrag gegeben wurde. Eine Gruppe von Wissenschaftlern des besagten Instituts wurden dazu angewiesen, eine ausführliche Akte über das Medium anzulegen. Dazu befragten diese allerlei Augenzeugen, darunter auch einige seiner Söhne. César August Mirabeli war zum Erstaunen aller ebenfalls ein großer Skeptiker des Spiritismus. Doch auch dieser konnte die Fähigkeiten seines Vaters, sogar im privaten Bereich, bestätigen. Derlei Dinge spielten sich zuweilen vor der gesamten Familie ab. Zitat, Wir hatten daheim eine Ziervase aus Porzellan, etwa 60 Zentimeter hoch und um die vier Kilo schwer, die auf einen dreibeinigen Sockel stand. Eines Tages starrte Vater auf diese Vase und ich folgte seinen Blick. Daraufhin erhob sie sich etwa 40 Zentimeter in die Höhe, drehte dann plötzlich ab, schlug gegen eine zwei Meter entfernte Wand und zerbrach in tausend Stücke. So etwas konnte zu Hause fast täglich, überall und jederzeit passieren. Wäre mein Vater ein Betrüger gewesen, würde ich das offen sagen. Das halte ich jedoch für ausgeschlossen. Zitat Ende. Regene Mirabeli, ein weiterer Sohn von dem berühmten Medium, hatte ebenfalls etwas zu berichten. Denn einmal hatte er im Haus seiner Eltern ein merkwürdiges Geräusch gehört und rannte in den Raum, aus dem der Lärm zu kommen schien. Das Wohnzimmer. Dort sah er dann seine Mutter unter zahlreichen Möbeln begraben. Er befreite sie schließlich von den schweren Dingen. Seine Mutter schien sich an derlei Dinge schon gewöhnt zu haben, denn so berichtete sie ihrem Sohn einmal, dass es öfters vorkam, dass sie den Tisch gerade fertig gedeckt hatte, sich umdrehte, um etwas zu holen und wenn sie sich wieder zum Tisch umdrehte, war das ganze Geschirr auf dem Boden verteilt. Der älteste Sohn Luis Mirabeli berichtete, dass er sich noch an eine Situation genau erinnern konnte. So waren er und sein Vater im Auto mit eigenem Chauffeur unterwegs aufs Land. Plötzlich bekam der Chauffeur von einer unsichtbaren Hand, so schien es, eine Ohrfeige. Sein Vater sagte daraufhin ruhig, aber bestimmend, dass der Chauffeur den ersten Gang einlegen sollte. Zitat, weil sie versuchen würden, uns nach hinten zu ziehen. Zitat Ende. Der Chauffeur tat, was man ihm auftrug und legte den ersten Gang ein. Tatsächlich bewegte sich der Wagen dann eine Zeit lang rückwärts. Erst nach einiger Zeit konnten sie dann weiterfahren. Luis Mirabeli hatte außerdem etwas Interessantes über eine Seance zu berichten. Das Seancenzimmer war hell erleuchtet und es waren weitere Zeugen anwesend. Nach einiger Zeit erhob sich Carmine Mirabeli ganz langsam in die Luft und schwebte. Dort verharrte er so lange, bis man ein Foto von ihm machen konnte und dann bewegte er sich langsam wieder Richtung Boden. Hierbei entstand das wohl berühmteste Foto von Mirabeli. Es wurden noch mehr Zeugen ausfindig gemacht und befragt. Darunter auch Fenelon Alves Feitosa, ein Immobilienmakler. Er und Mirabeli waren gute Freunde und auch er bestätigte die außergewöhnlichen Fähigkeiten Mirabelis. Wie es der Zufall so wollte, war der Makler gerade damit beauftragt worden, das Haus in der Ruhr-Natal Nummer 6 im Distrikt Dukuruvi zu verkaufen, in dem Mirabeli eine lange Zeit gewohnt hatte. Das EBPP-Team bekam die Erlaubnis, das Haus eingehend zu untersuchen. Außer, dass die Forscher das Zimmer von einem der Fotos, in dem Mirabeli schwebte, wiedererkannten, konnten sie sonst keine Auffälligkeiten erkennen. Keine versteckten Vorrichtungen in der Wand oder damit in Zusammenhang vorhandene Löcher. Ein vollkommen normales Haus. 1990 erschien ein Artikel von Guy Lyon Playfair, britischer Schriftsteller, in dem er ein Foto von Mirabeli bzw. seiner Seance genau untersuchte. Im Fazit kam er darauf, dass das Foto retuschiert sein könnte. Könnte. Auch er fand demnach für seine Anschuldigungen keinerlei Beweise. Und Anhänger Mirabelis entgegneten daraufhin, dass dies der allererste Beweis für einen Betrug wäre, es jedoch viele andere Fotos gäbe, die unmöglich gefälscht sein konnten. Und der Beweis war noch nicht einmal eindeutig, sondern lediglich eine Annahme des Autors. Man kann hier auch nicht ausschließen, dass Aufmerksamkeit sein Motiv war. Es gab noch unzählige Zeugen und Experten, welche sowohl zu Lebzeiten als auch nach dem Tod des Mediums Aussagen und Untersuchungen unternahmen. Darunter auch aus verschiedenen Ländern. Und natürlich gab es auch weiterhin viele Skeptiker, die ihn einen Betrüger nannten. Allerdings konnten sie ihre Anschuldigungen auch weiterhin nie beweisen. Bis heute, selbst mit neuster Technik, konnten die Bilder nie als Fälschung entlarvt werden. Meine persönlichen Gedanken Abschließend kann man sagen, dass es extrem viele und extrem detaillierte Untersuchungen gab. So viele Untersuchungen wie bei keinem anderen Medium. Selbst Skeptiker, welche zuweilen an alles denken und alles gefühlt tausendmal überprüfen, konnten nie ein Anzeichen für eine Fälschung finden. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, dass Mirabeli oftmals auch unangekündigt in fremden Häusern auftauchte, in denen er wohlgemerkt vorher noch nie war und dort seine Fähigkeiten dennoch unter Beweis stellen konnte. Eine entsprechende Präparierung der Räume oder Gegenstände wäre somit nicht möglich. Zu auffällig und die Zeit dafür wäre ebenfalls zu knapp. Seine Vorführungen fanden am Tag in hell erleuchteten Räumen statt. Auch das ist ein Indiz für die Echtheit, da Betrüger oftmals das schummrige Licht für versteckte Apparaturen ausnutzen. Selbst heutzutage geben viele Medien an, dass sie Seancen mit materiellen Erscheinungen wie Ektoplasma nicht im Hellen ausführen können, da das Licht ihrem Körper während dieser Zeit schaden könnte. Mirabeli schien nicht an diese Gesetze gebunden zu sein. Zudem sollte man bedenken, was in dieser Epoche alles möglich war und was eben nicht. So viele Jahre selbst die engsten Freunde und Familienmitglieder hinters Licht führen? Selbst im privaten Bereich? Mirabeli musste oftmals nicht mal im Raum sein. Es reichte vollkommen aus, wenn er sich im selben Haus befand. Vielleicht also doch Poltergeist-Erscheinungen? Seine Aussage im Auto lässt etwas derartiges vermuten. Für mich persönlich ist bereits seine Ausstrahlung auf Fotos sehr präsent und außergewöhnlich. Ich muss gestehen, obwohl ich selbst teilweise in diesem Bereich tätig bin, war ich zunächst dennoch skeptisch. Jedoch sprechen derzeit mehr Fakten für die Echtheit als für eine Fälschung. Es wäre sicher möglich gewesen, eine Zeit lang viele Personen hinters Licht zu führen, aber so viele Forscher, so viele Wissenschaftler bei so vielen eingehenden und fehlerfreien Untersuchungen? Das scheint mir nahezu ausgeschlossen. Und damit muss ich zugeben, dass mich die Erzählungen und Fakten über das Medium schon äußerst beeindruckt haben. Wie sieht es da bei euch aus? Ich hoffe, dass ich euch mit dem Bericht einen guten Einblick verschaffen konnte und ihr nun ganz genau wisst und nie vergesst, wer Karmin Carlo Mirabelli war. Damit möchte ich den Bericht gerne schließen. Bis dahin, euer MF-Team. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.